die zweite folge von escape von scharkow mal gucken ob wir dieses mal ein bisschen mehr was auch immer haben wir nicht mal ein item gefunden also langsam ernährt sich das eichhörnchen wir haben uns jetzt beide noch mal neu ausgestattet weil wir natürlich noch im üben sind wollen wir nicht alles raushauen wir haben jetzt erstmal beide die mp5 gewählt orientieren wo wir sind hatte ich glaube ich glaube weit rechts würde ich mal schätzen auf der karte also wenn beide noch zur klärung eine karte offenheit b013 und zb1011 extraktionspunkte zb1011 ist ganz rechts unten auf der karte und ich glaube wir sind wo schüsse wo ist das denn hinter den fässern alle hinter der mülltonne ja los weil da immer noch keine ahnung wo wir sind die 5 ist natürlich auch keine coole waffe ne ist absolut nicht die m1 a4 m4 a1 m4 a1 wow ich glaube hier am gebäude lang im bus ich bin hinter dir das ist alles mega offen ich habe noch keine ahnung wo wir sind jetzt pass auf ich lege mich mal eben hier in den busch rein kann ich mich hinlegen kann ich mich jetzt hinlegen kann ich mich jetzt hinlegen wahrscheinlich wenn du zu nah an der wand bist oder so hier hin ist ein riesiger schornschwein ich laufe nicht wohne da sind schrecklich da sind schornsteine ganz unverrecht auf der karte mit schornsteine ja dann hab ich doch man möchte doch gar nicht so verkehrt aber da müsste ja direkt hier bei uns eine extrektion sein das kann ja sein bewegst du dich? ne das ist kannst du da gerade? was? das bist du ne? ja also irgendwas ist hier auf jeden fall bei uns ok wir müssen uns gerade anders positionieren du hast gerade nicht geschossen ne? ich hab nicht geschossen ne weil das war sehr nah bei uns das war wirklich sehr nah oh man ich trau mich gar nicht hier weg ich geh rückwärts ok hinter den Mülleimer ich steh auf und gucke hier um die Ecke hier nix ich geh langsam rückwärts ich gucke hier um die Ecke hier rennt jemand hier ist hier gerannt irgendwer ist hier gerannt irgendwer ist hier gerannt irgendwer ist hier gerannt hier scheint schon ein bisschen was los zu sein schön hinter dem Mülltonnen verstecken also ich geh jetzt hier hinter das Wellblash ok ich geh rückwärts hier rückwärts und das mal hier lang gehen wenn das weg kommt von der Position warte wir können hier mal vielleicht durch dieses Gebäude oder? ja hier ok scheint sicher noch ich geh rückwärts ich geh rückwärts hier scheint keine Hintertür zu sein wir sollten die Tür zumachen oder? achso oder geht das überhaupt? ja pass auf gucken ob du hier drunter was looten kannst ich halte die Tür im Auge ok ok falls hier einer reinkommt falle ich alles rein was ich hab ok warte hier ist irgendwas unbekannter Gegenstand das sieht aus wie eine Zange und hier ist noch eine Zange du kannst hier alle identifizieren du kannst hier einen Decathlon machen wenn du eine Sache einmal identifiziert hast bleibt sie auch identifiziert also irgendwie r Zange ok ok da liegt auch glaube ich noch was ne da nicht ich glaube sonst sieht es hier traurig aus ah doch warte noch irgendwas oh wenn ich zu lange ziehe werde ich erschöpft was ist erschöpfen? kannst du jetzt was essen oder was? was ist das? haben wir keine Ahnung was das hier ist Tatsache ich muss jetzt was essen woran seh ich das? ah essen ok ach krass da brauchen wir noch einen brauchen wir noch einen? ok geht die Tür auf komm wir hoch das war schon mit meinem Vorrat hier liegt auch noch irgendwas ich guck mal was das ist ein Filter ach so das kann man durchsuchen hier ups ein Schraubenzieher ok naja naja ich glaube wir können weiter könnte das hier der Repair Shop auf der Karte sein? ähm ich guck auch mal wir sind das Problem ist diese Karte ich habe jetzt so schlecht aufgelöst oh warte die ist gut glaube ich absolut gut ich hatte gerade eine interessante die ist gut die saurische Boss von uns und so eingezeichnet naja wir müssen mal gucken ob wir eine Straße finden ja irgendwas woran wir uns orientieren können oh ich habe schon eine Schüsse was soll nochmal Waffe überprüfen? L aber da guckt er die inspiziert der Seen wirklich nur ok ich gehe voraus ok links geguckt lass nach rechts gehen ok schau mal dahin da das sieht wie eine Straße aus Hauptstraße ok das ist schon mal ein bisschen weiter entfernt dank dem Gebäude ne kann man nicht alle Tö- ne kann nicht alle Tö- ne kann nicht alle Tö- ne ok hier ist so ein kaputtes Gebäude kannst du das nicht auf der Karte sehen? weiße ich bin so vollkommen lost ah dieser Hangar der der vorne ja den habe ich mir eigentlich auch schon irgendwo gesehen ja hier? ach der ist ach der ist ich weiß wo wir sind wir sind in der Mitte oder? ja wir sind in der Mitte also wir müssen an dem Hangar vorbei der Straße folgen ganz unten rechts in die Ecke ja wir müssen schon reichen wenn wir das Leben draus schaffen ja ok dann echt schwer wenn man keine Ahnung von der Karte zu gucken wo man ist wo muss man hin und dabei versuchen nicht entdeckt zu werden und wie laut es ist wenn ich dieses Gestrüpp hier umlaufe und da ist der Hangar wir gucken von der Seite auf den Hangar das heißt wir müssen an dem Hangar vorbei wir könnten auch durchgehen ja ja auch passen dass ich dich nicht aus dass ich über einen Haufen Ball ausschreck ey also ich gehe hier rechts an dem Zaun vorbei ja links neben dir ich glaube ich ach halt ok da ist gar nichts drin ich bin mir noch nicht ganz sicher wie man hier gut finden soll bis jetzt finde ich echt wenig es ist halt auch echt vielleicht da muss man wirklich gut hingucken glaube ich oder man weiß halt ich gehe nochmal ich bin mir nicht sicher jetzt hier vorbei links müsste oh ok ich halte links die Container da ist glaube ich nur ein Eingang nur im Auge hinter uns war es hinter uns oder vor uns ich bin mir nicht sicher also links müsste in der Wand ein Durchgang sein irgendwo ja ich glaube ich sehe ihn auch ich bewege mich mal leicht nach vorne ja ja hier noch 32 Minuten und dann so hinterher hier geht es ja durch diese Container durch muss hier ein Loch sein ok links nicht ja dann geht es hier durch ah da ist das Loch ne ach ne ach so durch den Container durch ok also glaube ich ja ich gucke links rechts ok oh shit fuck stand hier mit Maschen ne Maschen oder Zahn ach scheiße ok ok aber nichts großartiges ich habe mich gar nicht verletzt glaube ich also gucken da aber Körperteile ne mhm also oben Gesundheit du bist du jetzt drunter gegangen? hä? ich habe auch schon ein bisschen Schaden bekommen an diesem Körperteil wovon? au jetzt? hä? wovon habe ich jetzt Schaden bekommen? von dem Maschen oder Zahn ah ok irgendwo schießt hinter uns ich sehe ihn schießt du auch? ja ja er ist tot ok geh runter wo ist auf jeden Fall noch einer? ja vorne und vor uns wir sind glaube ich genau in der Mitte aber vielleicht ist da noch einer ja ohne im Auge ich gucke hinten gerade ich versuche unter dem Auto durch vielleicht sehe ich da was ja weit in die Richtung ob ich es irgendwie nach blicken kann sie ist ja immer schon dreißig kam auch nicht unter das durch kannst du den Decken hinter dem Rad kannst du den Decken hinter dem Rad kannst du den Decken hinter dem Rad heißt wenn ich jetzt wüsste wie ich wie ich sehe wie viel Muni ich noch habe ich gehe jetzt gerade drunter ich bin nicht in der Decken ich bin nicht in der Decken ich bin nicht in der Decken sehe bis jetzt nichts ich bin immer hinterher ja mega offen hier alles ja ich weiß auch nicht wie wir gerade sicher hier irgendwie weiter kommen was denn wenn wir hier rüber gehen und dann an den Rohren lang äh hier ok da ist noch einer wo? bei mir hinten ok das ist irgendwo in den Büschen ich sehe die Einschlusslöcher ich bin schiss dass die auch hinter uns sind Hä von wo kommt es? siehst du was? das ist ein Stachelsratisch Idiot ich sehe gar nichts ah fuck von wo schießen sie? ah der Schaden bekommt Bau von wo schießen die denn? und auf der Straße links links ja also theoretisch auf unserer Seite genau ah ok ich sehe dich jetzt ok liegt hier und bin schon da verbluten ich bin links von dir mein Bauch ist auf null und mein linker Arm ist auf null wow wow fuck da ich glaube der liegt auch ja waren das zwei? der hat sich gerade bei dir angeschlichen und stand direkt neben dir also das musst du dir in deiner Aufnahmen das musst du in deiner Aufnahmen sehen okay ich werde das ganze wieder nicht überleben okay ich werde das ganze wieder nicht überleben da hat was zum heilen dabei aber man kann die man kann die Kofferraum aufmachen ernsthaft ok pass auf ich muss zu den Leichen laufen warte ich gebe dir gleich Deckung ich ess kurz was hä? hat das jetzt was gebracht? ich muss doch dieses Käsezeug essen oder? ah ne quatsch scheiße das falsche benutzen ok warte ich muss ja kurz was essen so da ist nicht irgendwas dabei ok ich gebe dir Deckung machst du du bist schon ja ich fahre hier gleich ja ich fahre hier gleich vielleicht wenn sie irgendetwas knoppt oh wir sind scheiße dabei und genauso lappen wie wir fuck da ist einer wo? in die Richtung in die ich ziele ok komm zurück ups warum hab ich mich jetzt hingelegt die Überdeckung hatten die was zum heilen dabei? ne wird wahrscheinlich wieder verbluten pass auf ich lauf hier vorne lang vielleicht kann ich dir so sagen ob hier was ist oder nicht wenn der Gegner ist wenn der Gegner ist ich schneid gar nicht irgendjemand schießt auf mich vorne ist eine Tankstelle und mich hat jemand erschossen also irgendjemand hat mich an der Tankstelle erschossen okay ich war an der Tankstelle da Gas Station da ist sie was für Extruktionsorte hat es nochmal? wohnheim zb1011 oder zb013 1 0 1 1 ist echt weit weg 0 1 3 0 1 3 ach keine Ahnung das muss ich nicht trinken das kann ich auch fast das kommt jetzt aber andere Karte sind nicht okay den habe ich erledigt ich würde hier gerne extrahiert werden ich habe genug von dieser ganzen Schießerei ich stecke mich hier im Wald und äh warte wo ist denn irgendeiner in der Nähe? also gibt es also ich habe nur einen gefunden den anderen finde ich nicht auf der Karte also der eine wäre naja du bist warte da ist die Tankstelle alle Tankstelle weitert geradeaus und dann kommt irgendwann rechts ein Loch an der Wand oh shit hier gibt es Explosionen das gefällt mir nicht warte ich bin jetzt wo? also ich was? die Tankstelle siehst du die? ne die ist wenn du unter der Brücke durchläufst hm ich bin jetzt gerade nicht unter der Brücke sondern was siehst du eigentlich? siehst du irgendwas wenn du tot bist? nein ich sehe gar nicht ich bin wieder im Hauptbereich ok ich bin nämlich gerade bei diesem Bahnhof das ist wahrscheinlich gerade dumm was ich mache Bahnhof, Bahnhof nein nicht Bahnhof ich bin nur beim Zug ich sehe glaube ich jetzt die doch jetzt sehe ich die Tankstelle ach ja bei dem Zug ja ja genau was muss ich bei der Tankstelle machen? ich muss so gesehen an der Tankstelle noch vorbei die Straße bis fast zum Ende easy ich finde den zweiten Extraktionspunkt einfach nicht auf der Karte das fällt mich gerade selber ein bisschen ab ich will hier nur raus also ich gehe jetzt an der Tankstelle vorbei ich weiß gar nicht ist der denn im Norden oder im Süden? ach ich glaube ich weiß wo der ist die wird jetzt nicht angezeigt das ist ja scheiß Karte die wird jetzt nicht angezeigt boah ich finde diesen zweiten Extraktionspunkt nicht ey ich finde diesen zweiten Extraktionspunkt nicht ey das ist wie fern der ist bei der Tank also an der Tankstelle vorbei ja man muss an der Tankstelle vorbei die Straße bis komplett zum Ende diese große Hauptstraße und dann hast du irgendwann auf der rechten Seite da ist ja ähm da ist ja so eine Band ach fuck und da ist irgendwo wieder ein Loch drin wo du durch kannst die Karte ist besser die Karte ist besser ich bin jetzt an der Tankstelle vorbei siehst du die Hauptstraße noch? ja und da muss irgendwo dann noch kommen der band noch ein gutes stück weiter verletzt linker arm blutet wie kann ich das denn still ja ich habe eine bandage ja stopp leichte blutung bandage was ist denn das was ich denn hier habe das ist keine bandage nur eine goldkette sehr schön gleich ist da schießen die auf dieses scheiß haus was ist denn das ich nehme es einfach ach so das ist munition ich muss weiter ich bin gerade bei einem tor links wenn man an dem an der tankstelle vorbeigeht ich bin an der tankstelle vorbei und ich bin jetzt links aufgelöste karte wie heißt der extensions punkt der ist ganz unten rechts zb 1011 oder was gibt es noch der habe ich nie gefunden den anderen zb 13 ich habe keine ahnung wo der ist unten rechts unten rechts das ist nicht die ach das stehen die ach du scheiße ja das schaffe ich nicht los durch mit dir ja ja ich laufe jetzt einfach wo ich denke wo ich bin und ich muss ganz unten rechts das ist ja auch du tot ho ho mist bandagen brauchen wir definitiv bandagen ja ich habe jetzt welche eingepackt was gesagt hast deine abschluss ist hier drei stücke tötet ich habe eingequillt ok krass man sieht mein inventar leer hat sich schon hier im versteck ja dann würde ich einfach mal sagen das war's für diese folge und wir sehen uns in der nächsten folge vielleicht sind wir auch irgendwann ein bisschen erfolgreicher